Hallo zusammen, das ist der Pascal, ich bin der Ehring. Wir arbeiten bei der Bär Dachtechnik als Spengner EFZ und zeigen euch unseren Alltag. Kommen doch mit! Wir als Spengler dichten Dächer ab und Balkone und wir verkleiden Dachränder und wir machen zum Beispiel aus Metall oder Blech Dachrinnen oder Ablaufrohr. Der Spengler ist ein vielseitiger Beruf. Man hat es zu tun mit anderen Berufsgattungen wie Sanitär und Gipser. Man arbeitet auch mit verschiedenen Materialien wie Metall und Holz und auch mit verschiedenen Abdichtungsmaterialien. Wenn du den Beruf Spengler lernen musst, musst du handwerklich geschickt sein, in der Höhe arbeiten, durcharbeiten bei einem Meter, mit Anpacken können und ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Bei unserem Beruf finde ich es gut, dass man sich gegenseitig unterstützt, trotzdem selbstständig arbeiten kann und ein gutes Arbeitsklima behalten. Bei uns in der Firma Aubert hat es viele junge Arbeiter aus verschiedenen Ländern. Es hat eine sehr gute Stimmung unter dem Team und jeder ist willkommen. Und das war unser Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewertet euch jetzt! Das war's!